Ich spreche mit Indy von Dykes on Bikes. Ihr macht am Sonntag, den 27. Juli, eine Demonstration. Genau, es gibt die alljährliche Motorrad-Demo der Hamburg Pride Ride schon zum dritten Mal in Folge. Es geht los 14.30 Uhr am MHC und es endet 15.30 Uhr am Pride House. Und wie viele Dykes kommen denn da? Es kommen Dykes und Gay-Bikers und Freunde und alle, die Lust und Zeit haben. Und wenn wir Glück haben, 30 und wenn wir Pech haben, 3. Männer dürfen auch mitmachen? Männer dürfen sehr gerne mitmachen. Warum, wenn es doch Dykes on Bikes heißt? Die Dykes on Bikes zetteln das Ganze nur an, aber natürlich sind Gay-Bikers herzlich willkommen. Püppi, da gibt es noch eine Geschichte dazu. Ja, das war zu Stonewall-Zeiten tatsächlich, dass die Dykes on Bikes die schwulen Jungs rausgehauen haben, wenn die in irgendwelchen Schlägereien mit der Polizei verwickelt waren und haben gesagt, los, springt auf. Deswegen ist dieser Zusammenhalt eben auch ganz wichtig. Und deswegen fahren wir traditionell weltweit vorneweg bei jeder CSD-Parade. Ja, vielen Dank, da bin ich jetzt schlauer geworden. Welche Qualitäten muss denn dann so ein Motorbike haben? Geht auch eine Vespa? Naja, die Tour diesmal geht nur durch die Stadt. Da reicht eine Vespa, die 50 fahren kann.